Hallo zusammen, ich begrüße euch zur nächsten Programmvorschau am 12.06.2024. Ja, Brandmauer gegen Europa, wie Politik und Medien bei uns die Demokratie zerstören. Aber nicht nur das ist ganz arg am Arsch. Und meine Frage an der Stelle, was ist denn noch nicht zerstört in der Firma BRD? Ja, und darum geht es, aber ihr wisst ja, es gibt noch weitere Punkte, wieder bei Bitschut, Odisee, Rampel und VK. Dreimal angetraillert bei YouTube und dann vielleicht bis gleich. Macht's gut, tschüss.